Stretcher Der Stretcher bietet eine Kombination aus Dehn- und Kräftigungsübungen, verbessert die Flexibilität der Schultern sowie der Hüfte und kräftigt die Abdominal- und Rückenmuskulatur. Im Alltag können mit dem Stretcher Armhebebewegungen verbessert werden wie das Greifen zu einem hochgelegenen Tablar. Durch die Aktivierung der Rumpfmuskulatur wird die Wirbelsäule aufrechter und gewinnt an Stabilität. Trainierte Muskelgruppen befinden sich am Bauch, am Rücken und an den Schultern.